Moin Leute, wir haben gerade Viertel nach 5 und ich muss ganz ehrlich sagen, schon um Viertel nach 5 ist es gefühlt Einbruch der Dunkelheit, weil es einfach schon so dunkel ist. Ist nicht auf der Kamera, weil die hat so einen Filter drin, der immer ein bisschen heller macht, aber guckt überall sind die Lichter. Auf der Kamera ist es heller, als es in Wirklichkeit ist, aber ist jetzt wahrscheinlich nicht so schlimm. Wenn ich mal vielleicht den Nachtmodus aktiviere oder so, dann geht es vielleicht, aber ansonsten einfach jetzt schon krass dunkel und das schon um Viertel nach 5 ist einfach nur, naja, öde halt. Und das haben wir jetzt bis Ende März, glaube ich. Und dann geht es wieder bergauf. Och Mann, ich hasse das.